Ja, ich bin Remi Backer, ich komme aus dem Emsland und wir verkaufen Terrassendächer. Ich bin heute hier, um mir die Weiterbildungsmöglichkeiten anzuschauen, beziehungsweise zu schauen, was machen andere. Die Stimmung und die Community auf dem Event ist sehr positiv, sehr angenehm. Die Kollegen sind auch sehr, sehr entspannt und ja, ich muss sagen, das ist ein sehr angenehmes Gefühl, hier dabei sein zu dürfen. Also ich habe mich da zu der Zusammenarbeit mit A&M entschieden, weil mir bewusst war, dass ich Unterstützung brauche beim Marketing. Vor der Zusammenarbeit mit A&M gab es unsere Firma noch nicht, deswegen sind wir gleich mit A&M gestartet. Bedenken hatte ich keine, das war für mich schlüssig, das ganze Konzept. Ich hatte einen Termin mit dem Alex und der hat mir alles vernünftig erklärt. Und zwar hatte ich ursprünglich vor, eine Firma aufzubauen, die im Bereich Fenster tätig sein wird. Und nun war es aber so, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht auch Terrassendächer anbieten wollen würde. Und das hat er dann, davon hat er mich dann halt überzeugt. Und seitdem sind wir erfolgreiche Terrassendachverkäufer. Also wir machen jetzt ungefähr seit einem Jahr die Kooperation mit A&M. Und unsere Firma wächst stetig weiter und es funktioniert reibungslos. Es hat sich gelohnt, heute hier zu sein. Auch einfach, weil wir bestätigt wurden, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und naja, auf jeden Fall auch neue Impulse haben wir bekommen hier. Deswegen, das bringt uns auf jeden Fall weiter. Die beste Erfahrung, die wir bisher hatten, war die Anzahl der Leads. Ich meine, im März war das. Da haben wir eine sehr, sehr große Anzahl an Leads bekommen und somit auch sehr, sehr viel Umsatz machen können. Ich würde jedem eigentlich die Zusammenarbeit empfehlen, der sein Marketing noch nicht selbst organisiert hat. Und es macht auf jeden Fall Sinn, diese Tätigkeit abzugeben an Profis, die auch gleich wissen, wie sowas funktioniert und dann gleich vernünftig durchstarten können. Wirklichkeit abzugeben. Vielen Dank. Vielen Dank.